Vor vielen Millionen Jahren, lange bevor wir dachten, dass die Menschheitsgeschichte begonnen hat, herrschte ein grausamer Tyrann über das uns bekannte Universum. Eines Tages nahm er sich eine junge Frau namens Emporia zur Gemahlin, die fortan nie wieder ein Wort über ihr Leben vor diesem Bund verlieren durfte. Sie gebar ihm drei wundervolle Kinder, ganz verschieden in ihren Leidenschaften und Talenten. Doch ihr Mann fand kein Verständnis für die friedfertige, gescheite Natur eines seiner Söhne. Müde von der hasserfüllten Natur ihres Herrschers, floh Emporia gemeinsam mit Leibwächter Dane und ihren Kindern, um die sie sich schrecklich sorgte. Das nun folgende epochale Weltraumspektakel aus der Feder von Weltklasseautor Mark Miller ist ein unverhofft, aber willkommen warmherziges Abenteuer. Das seine sympathischen Helden in einem atemberaubenden Tempo durch unzählige bizarre Welten treibt. Bekannt für seine kinokompatiblen Stoffe beweist der Autor von Kick-Ass, Hit-Girl und Kingsman erneut, dass er in wirklich jedem Genre zu Hause ist. Eindrucksvoll bebildert von Star-Wars-Künstler Stuart Emonen erzählt Empress das erste Kapitel der intergalaktischen Familiensaga, die immer wieder mit actionreichen Wendungen überrascht.